So Leute, wir werden uns zurück zu einem weiteren Part des Titan-Galby-Edition, Pikachu-Edition, Walk, ne, let's play's motherfuckers, ja, wir kämpfen hier gerade gegen so einen Pumluff, sieht aus wie Steven, ist ganz nett und so, aber keine Ahnung, nimmt gerade Eddie auseinander und, ja, peinlich für Eddie, oh, ne, Eddie, Eddie, ich hab immer auf dich vertraut, ich wusste immer, du willst, ehrlich. Eddie ist der beste Mann, Pikachu, ja, ja, ich hab auch Eddie, ja, okay, wir gehen jetzt weiter in Richtung Mond, ah, fuck, in Richtung Mondberg, ist ganz schön hier im Mondberg, ja, tak, 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 ja, schön zu aufheilen, Pokémon aufheilen, da kann der Bongo wieder topfit, la, 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 und, äh, hier, wir gehen mit diesem Fettzack, mit dem Steven, und ein exzellentes Kapodor, ja, klar, den verkauft die Illegale Kapodoros, dieses Kapodoros nennen wir jetzt einfach mal, äh, äh, ähm, ja, Ramses, genau, Ramses ist so gut, Ramses ist so gut, Ramses ist so gut, Ramses ist auch so ein Kapodor, so mit komischen Stimmbändern und so, ich, ja, egal, Ramses, hier, Ramses, viel Spaß, in deinem weiteren nehmen alles Kapodor, ja, dann geht's hier weiter, und jetzt kommt der Teil, den ich absolut hasse, der Mondberg, Katastrophe hier, Katastrophe, ehrlich, ich meine, guckt euch nochmal an hier, Hornlius in einer Höhle, ey, was ist da los, ey, geht nicht klar, Mann, geht nicht klar, nochmal Donnerschock und hau rein, geht doch, und Kokuna, zweite Kokuna, komm, krieg ich nen Donnerschock von mir, lalalalalalalala, Donnerschock, lalalalalala, und Rook to keep in your ass, bitch, okay, es erreicht level 15, nice, und versuch Doppelteam zu lernen, hmm, nö, kein Bock auf Doppelteam, okay, okay, sehr gut, ich hab dich eiskalt erwischt, und dann kommt G-Hard an erster Stelle, finden zu dem, äh, Trank, und TM 12, ja, ich bin mir nicht sicher, aber das müsste, äh, ich glaube, Aquaknara sein, ja, Aquaknara, egal, hier Zubat, Zubat gegen, äh, ja, Rooka, level 14, kein Problem, nice, plus Trainer Battle, und diese Trainerin hat, soweit ich weiß, ein Pipi, ja, wir alle haben auch ein Pipi, alle Männchen gestalten, haben auch ein Pipi, Gesang, ja, diesen Gesang können Rookas Jumbo Ohren natürlich nicht überhören, die müssen natürlich drauf anspringen, ja, okay, Reuler, hm, schlaf weiter, Fund, ja, schön, Rooka wird von so einem fetten Weib verprügelt, nice, nice, nice Rooka, schlaf weiter, ja, nice, wach weiter so, wach weiter, oh, Rooka, warum so gut, warum so gut, ah, wach auf, ja, Rooka, wachack, meine Fresse, was ist da los, ey, ich habe ja lauter Schlappschwänze aus der Idee hier im Team, Tag, wünschlos und noch ein wünschlos und das ist weg, hau rein Pipi, mein Pipi hat dich bis Sieg, du Scherpaz, Tag, und hau rein, hau rein, jetzt so schnell wie ich ins Poker Center, einmal aufgeheilt, keine Zeit zu verlieren, ist eine Sache von, keine Ahnung, paar Sekunden, oh, ne, wilder Battle, ja, und hier, einmal die Leiter runter, dann die Leiter hoch, ne, nochmal runter, okay, oh, Mann, Alter, ich hasse diese wilden Pokémon, ey, Rooka, wenn du jetzt nicht angreifst, du riechst, du, du Bastard, du doppelter Bastard, oh, das lässt du auch noch an dir saugen, Mann, meine Fresse, jetzt tun wir mal, Giard an erster Stelle, und kämpfen gegen Team Rocket, zum allerersten Mal gebaut, in dieser Edition, Sandan, oh, Sandan, da haben wir keine guten Erinnerungen dran, Kratzer, Windstoß, Kratzer, ne, Sandwirbel, ja, nochmal Windstoß, ist so klar, nach einem Sandwirbel geht alles daneben, boah, ey, wirkst mal auf auf Rooka, Zeit für einen Trank, wir haben so viele Tränke, da dürfen wir auch mal einen benutzen, Sandwirbel, Doppelkick, hier, oh, ne, wenn du jetzt nicht triffst, Rooka, geht doch, super, I love you, Rooka, okay, Ratsfrats, wir bleiben drin, weil wir haben ja Doppelkick hier, won it, ja, won it, I can do it, ha, Flachwitz, Schenkelklopfer, ha, Level 15, nice, oh, nochmal, Rooka, Horn Attack in your face, Blutsauger, hä, sehr effektiv, warum ist das sehr effektiv, war damals, äh, Käfer gegen, äh, Gift effektiv, oder was, man weiß es nicht, egal, finden, KB+, wir geben, KB+, direkt mal jemanden, wir geben es, es, hier, es, er braucht, viel KB, hast du, KB, ja, es hat KB bekommen, nice, oh, wilde Pokémon, ich hasse sie, ich hasse sie, über alles, so, runter, oh, ne, boah, kleinstein, und das, ist, glaube ich, ein nerd, oder so, keine Ahnung, also, einer dieser, keine Ahnung, hier, Buffalo, Under, G, keine Ahnung, wie ihr wollt, wie ihr wollt, Doppelkick, ah, nicht effektiv, Tackle, okay, Hornattacke, kriegst du hier ab, und ein Voltoball, aga, Pokéball, hä, hä, Kreideschrei, geht daneben, Hornattacke trifft, und Level 16, und wir wissen alle, was das heißt, wir wissen alle, was das heißt, zieht euch rein, Nidorino, Ruka hat jetzt noch größere Ohren bekommen, Halleluja, Halleluja, guckt euch mal diese Monster von Ruka an, boah, I don't know, so, was war das, ein Trank, ja, war ein Trank, Alter, hör doch auf, wir wichsen jetzt erstmal auf, Jihad aus, weil auch Jihad braucht Training, oh, scheiß, Pokémon hier, ja, okay, und weiterer, wilder, Pokébattle, okay, nice, Windstoß, Bandschuss, und Tackle, ja, okay, nochmal Windstoß, ich hätte jetzt Ruckzug einsetzen sollen, egal, Raupi, Raupi, Jihad, 14, und Zafcon, Zafcon, le Cocon de l'Evolution, c'est très bien, mademoiselle, viel Début, äh, oui, 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 ach, kein Bock hier, Ruckzug gibt, ah, ich mach hier einfach mal Cyperspeed, okay, weil, das stort mich nur aus, dieses scheiß Ding, und nochmal hier, Ruckzug gibt, schön, pappapapam, schön zerfetzen, Ruckzug gibt, und nice, Jihad, nannannann, Eddie, was hältst du von der Höhle, scheiße Arsch, noch mal Lager, genau, denke ich auch, Sonne, Fluchtseil, oh ne, Sand an, ah, Sand an, ah, Sand an, Sand an, nein, Sand an, ne, Sicherheit auswechseln, auf Rucka, Porn mit seinen, fetten Ohrennir, ah, wilde Pokémon, ich hasse euch über alles, Level 15, nice, und das Viperg, glaube ich, zwei Pflanzen Pokémon, ich weiß nicht mehr genau, welche Pflanzen Pokémon das waren, Mirabla, Mirabla, bam, Absorbar, saug weiter an, Jihad, okay, nochmal Absorber, nice, nice, Rückzug Hieb, lalala, und win, Knopf, Finsa, Mirabla, üdisch, üdisch, oh man, sag, Rankinib, ja, und, äh, ich würde mal sagen, ich mach mal hier, guck, ne kurze Pause, und geh ins Poké-Set, da heil meinen Pokémon auf, also, bis gleich, Leute, so, da sind wir wieder, weiter geht's, äh, mir ist zwischenzeitlich der Safe State kaputt gegangen, ja, aber, ich hab die Sache wieder gerettet, ihr wisst, ich bin Regi, ich kann das, ich weiß, wie es geht, ja, so schaut's aus, also, Zubat, von, weiterem Team Rocket, gegen Jihad, hm, ja, äh, es wird zunehmend mehr an Jihad gesaugt, muss ich sagen, ja, ich finde das nicht gut, dass meine, äh, Teamkameraden hier fürs Saugen missbraucht werden, wenn Zubat jemanden zum Saugen braucht, dann soll er, ja, zum Puff gehen, ja, ehrlich gesagt, oder, sich auf dem Strich umsehen, aber, naja, Wayne, John Wayne, ja, tak, so, rettern, ist down, Jihad Level 16, und, hm, tak, etha, und, tm1, tm1 glaube ich mega hip, aber, keine Ahnung, braucht irgendwie, noch keiner, finde ich, aber, es hat man, nach vorne tun, tak, 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 warte mal jetzt, und, teenager, wow, motherfucker, ratz, ratz, okay, Pikachu, und, ich hab ne Idee, wie ich den Ingame Sound lauter hinkriegen kann, und ich werde es im nächsten Part einfach mal versuchen, aber, ja, so ist es ja auch ganz nett, aber ich weiß nicht, ob es, ja, keine Ahnung, ne, doch, ich mach es im nächsten Tag einfach mal mit, kommentaren, ne, nix kommentaren, ich will gerade sein wird, mit, ähm, Musik, guter Ingame Musik, lauterer Ingame Musik, tak, oh, ein fetter Wanderer, hmm, Ruka nach vorne, komm, ach, Überfall, du bist ja nur ein Kind, oh, ne, da aussieht wie Steven hier, halt, mit so voll Bart, und so, oh, da, Kleinschein, gegen Nidorino, diesmal, mrs. wanted vielleicht werden, oh, nice, 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 very nice, okay, ähm, noch ein Kleinschein, bam, bam, easy, man, easy peasy, weiß ich, Ruka ist bis jetzt derjenige, der mich am meisten beeindruckt, ist auch auf dem höchsten Level, ja, Level 17, nice, und ich frag mich, ob ich es jetzt gleich schon entwickeln soll, oder ob ich auf das bestimmte warten soll, ich bin mir da nämlich nicht so sicher, aber mal, mal schauen, mal schauen, okay, Wanderer wurde besiegt, nice, okay, Zubart, scheiß auf das Zubart, tak, was war das jetzt, was war das, Mondstein war das glaube ich, oder, war das ein Mondstein, ja, ja, komm, los geht's, Ruka, los, und Leute, zieht euch diesen epischen, geilen, fetten Sprite ein, guck mal, und guckt euch mal die Statuswerte an, auf Level 17, ist das nicht heftig, Gift wurden, boah, tight, richtig geil, Hammer, 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 also mir gefällt das Team ist jetzt sehr gut, und auch sonst macht das Team relativ gute Fortschritte, ja, und, äh, was ich noch ins Team packen werde, bleibt ein Geheimnis, so, Papa, 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 okay, Rats, Rats, oh, die Wandern, stirb, stirb, nein, 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 oh, gut, nice, so, good, bye, Rats, frats, und er ist an Rechnerville 16, und Zubat, ja, nein, Dünnerville, nein, Tichhardt, Tag, Windstoß, oh, komm, hier, Hyperspeed, wow, Hyperspeed, nice, Tag, Team Rocket, ne, Team Rocket, Grüpe, genau, Grüpe, die ist das, wurde besiegt, und, äh, ich mach mal hier jetzt, Stopp, vielen Dank für Zugang, Leute, bis bald, und macht's gut, Ciao.